Hallöchen, ihr war Nausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ausau Nummer 2 mit dem Blieben-Schwammbeutel. Hallo. Hallo, mein Name ist er. So, ich werde dann mal das Drakoniumfeld hier und ich werde noch ein zweites Dioriumfeld mal anpflanzen, weil der zieht doch einiges. Ein bisschen übertrieben vielleicht auch, ja. Ja, aber ich glaube zwei Felder sollten, ja, vielleicht auch nicht, aber werden wir sehen. Wenn nicht, brauche ich einfach ein Viererfeld mit Diorium und das ist mir auch egal. Ging mal alles hin. So. Pflänzchen, verteilt euch. Und los. Das war die Elektro-Light in the Seeds da. Wege ein so ein probeliges Seed, was ist jetzt los? Die ganze Aufregung jetzt. Ein riesen Reaktor und alles mögliche, wege ein so ein einzelner probeliges Seed. Eigentlich ist der U-Fall-Statik-Komm-Verhältnis. Ich frage mich gerade, warum der blöde Drakonium-Seed hier nicht wächst. Was ist los mit dir? Ich hatte aber vorher auch ein paar Ideen. Ich habe Zivizio-Leggings gekriegt. Blandness-Protection, okay. Wachse. Wachse. So, dann nächster Schritt. Du hast mir das Ding zum Zurückholen, hast du gesagt, von Drakonik. Ja. Wird es noch geben, bevor ich aufbreche? Ja, warte, ich komme rüber. Wo bist du? Hier beim Sauerstoff-Auf-Maschine. Da, bitteschön. Aber ich weiß das. In der Luftschrift-Rechts-Klick machst du das Menü auf. Und wechseln tust du die, wenn du... Ach, du hast schon... Ich habe schon zwei gespeichert, genau. Wenn du nur Shift drückst und dein Mausrad bewegst, wechselst du die Teile, wo du dich hin portest. Nö. Ja. Links-Klick. Ja, im Menü, wenn du außerhalb des Menü bist. Du hast ja unten so ein Fenster, da steht dann Zuhause oder Mond. Die wechselst du so, meine ich. Mit Shift und dein Mausrad. Ah, erzähl, was du meinst. Treibstoff hast du auch drauf und dann lege ich mal die Silberstoff-Tanks drauf an. Du bist in der Akete, ja. Ne, ich meinte jetzt vor dem Drakonik-Dingspunkt. Ach so, ja, habe ich aufgefüllt. Müsst du nehmen jetzt 200 Finger. Welche Fulten nehme ich noch mit? Was mache ich denn da auf dem Mars? Dungeon suchen. T3-Rakete. Alter, was dauert der denn so lange zu wachsen? Willst du mich verarschen? Wachst du mal. Danke. 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 Wie mache ich jetzt das? Wie starte ich da? Dich reinsetzen, du das in der Leiterste. Ich drücke halt da. Ne, du brauchst mir drücken eigentlich einmal, glaube ich. 14, 13, 12, 11, 10. Aber ich komme mal wieder, Wink. Da ist er. Tschö. Hä? Bist du jetzt ausgestiegen? Ja. Ich wollte eigentlich Wink und habe Plakete jetzt. Toll. Alles klar. Da ist ein Träbstoff drin. Was sehe ich jetzt? Musst du gucken. Musst du reinsetzen und F drücken. Ich sehe nichts, wenn ich F drücke. Wenn der drin sitzt, ne? Wie sitzt du da drin? Da müsstest du eigentlich in den Inventar aufgehen. Komm mal raus. Ich gucke. Ist voll. Auf Optionen, Steuerung. Weiß ich, das Galactic Riff, gell? Ja. Ja. Ich fühle mich auch voll. Doppel belegt oder so. Galaxie, Karte, Sensorbrille-Modus, öffne Raumschiff-Inventar, ne? Was hast du gesagt, was muss ich drücken? F? F, ja. Alles wird doppelt belegt. Drei-fach, vier-fach. Das ist noch F. Aber auch, das hast du hinterlegt, wenn mir das wäre, ging das nicht. Ja gut, das sollte natürlich schon sein, weil sonst, klar, dass es dann nicht funktioniert. So. Ja, jetzt ist es voll, okay. So, dann, auf zum Mars, zweite Version, äh, Versuch. Dun. Nein. 7. 5. 4. 1. Go. Und da fliege ich da! Tschö! Reinkommen! Tschö! Mach's gut! Ja. Aber ich fliege voll durch so ein Ring durch, so ein Reckerbockering. Gott, wie lange habe ich das schon immer gemacht, seit ich auch so ein 1. Ja. Na gut, ich habe sogar Nightwish nicht, das heißt, ich brauche keine Fackel, gar nichts im Dungeon. Was mache ich jetzt? Ja, zum Mars fliegen. Und wie gesagt, Dungeons suchen. Mars? Jo. Eine Rahmenstation kann hier erstellt werden. Ja, die brauchen wir aber nicht. Wie komme ich jetzt hin zum Mars? Du musst den erstmal suchen. Ja, da ist er. Ja, da drückt er drauf. Und dann? Du musst da oben rechts Launch stehen. Und dann? Genau. Und dann fliehst du da hin. Oh, was ich jetzt merke, Hede? Die müsste gleich in dem Inventar sein von dem Ding, womit du landest. Hüpf. Hüpf. Ich hole mich da raus. Schiff. Ah. Und Landeballon Abbau. Ja, oder du konntest rechts drauf klicken, weiß jetzt gar nicht, wie das war. Den Landeballon brauche ich nicht mitnehmen, oder? Ich nehme alles mit. Wie brauche ich den ab? Ah ja, okay. Der ist weg. Nö, der verschwindet. Zu Lombieraketa ist alles gut. Was komisch gesehen hier. Eis. Boah. Wasser auf dem Mars. Ja. Und es fließt sogar. Wasser in den Ding. Die Wissenschaftler überhaupt keine Ahnung haben. Ja, ehrlich. Jede Menge hier auch. Sie sieht ja dann schnussig aus dem Loch, oder? Ja, du müsstest auch, ja. Und der Ei. Gelbes Schleimlingei. Ja, die Schleimlinge gibt es ja auch noch, stimmt. Ach, wir müssen den Slutsch. Ei. Ich müsste den Slutsch machen. Das sieht ja komisch aus. Äh. Trishcan. Warte. 10. Für Fluid. Folgen. So. Kommst du jetzt, oder nicht? Kann ich doch gar nicht. Ich mein doch den Schleimling. Ach so. Der heißt zufälligerweise wie du. Folgen. Komm. Aber nur zufällig. Jaja. Ich denke geradezu zufällig zur Visual. Was ist das? Stein. Nochmal einer. Und auch einen. Nee. Lass mal. Ich weiß nicht so, wie im Mond, oder? Ja. Müsste so sein, ja. Hier gibt es jetzt aber auch keine Ace mehr, das heißt, wir haben auch nicht auf der falschen Stelle gesucht. Also. Das kann da, ja. Nur mal Schleimling. Aber es ist, zumindest gibt es Leber auf dem Auto, das ist ja schon mal gut. Das ist das, was sagst du? Blaue Schleimling. Und da gibt es jetzt den Grieberpost, also was gibt es da jetzt? Genau den. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Bei den erinnern ich mich, da irgendwo dunkel ist so ein Riesenfiech. Vor allem hast du ja Leckerchen ausgesucht, da musst du die TNT-Blocke zurückschmeißen. Nicht nur kaputt schlagen. Achso, das heißt, wer bringt da gar nichts? Nö. Na toll. Du wolltest schon was. Wir können ja vielleicht auch früher sagen. Dass du doch ganz genau gewusst. Das ist der, wo du die, die, die Blöcke zurückknüppeln musst. Dachte, ich kenne den jetzt One-Hater mit einem Schwert, aber nee. Nee. Aber was wird dann wohl, weil ich lief er heimlich, gell? Ich habe, ich habe mir gedacht, aber sag mal nix. Eigentlich kennt er den ja noch von Orson 1. Weißt du, wie viele hundert Jahre das her ist? Oh, Marskelett. Oh, die sind aber schnell her. Ja. So. Stimmt, ich wollte mir ein OP-Buch schnappen, wegen der einen Quest da wieder, weil die ja aber wieder nicht getriggert ist. Mit der T2. T2. So. Cryogenic Shemba, okay. So. Dann haben wir mal wieder ein paar Reward-Backs. Riesen Krater. Lol. Alle, alle, alle Viecher auf dem Mars haben Service of Moscow. Du hast ja wieder Skelett nicht. Das ist korrekt. Ja, ich weiß ja, was auf dem Mars. Verstehe ich sowieso nicht. Sie sind ja schon tot. Genauso wie die anderen Skelette und Zombies und... Naja, der Spinne ist ja nicht tot. Ja, der Spinne nicht unbedingt. Aber der Widerskelett kriegt da damage. Der bringt aber dann rot auf. Okay. Ich habe mich auf, dass er ein blöder Kater hat. So. Wie kriegt man eigentlich die T4-Wocket und so? Die müsst ihr dann auch irgendwo herkriegen. Dish. Dish. Der Oberholz, Dish. Das haben wir ja zum Glück hier auf jede Menge. Gabon. Venus, okay. Venus müssen wir auch Erze sammeln, okay. Dann... Crystal Inlets Dann haben wir vielleicht zu zweit hin Uranus Wir müssen auf jedem Planeten dann Irgendwelche Erze sammeln dann später Gibt's auf jedem Planeten auch Wir können das so machen Dass wenn einer dahin fliegt Der nimmt beide Charms mit Und macht dann halt einen Portpunkt hin Auf den Planeten Für beide Dann kommt er zurück und gibt den Charm dann wieder ab Dann können wir beide leihen Gibt's da auf jedem Planeten eine Postgegner? Das weiß ich nicht Also ich kenne nur Bis T3 höher, kenne ich nicht Also ich weiß ja auch Neuländer An T3 ist jetzt Mars oder wie? Das ist nämlich Extra Planets Das ist ein Zusatzmod dafür T3 ist Venus zum Beispiel Da waren wir aber im Ozone 1 Auch nicht Das waren wir nicht Du bist aber auch nur so riesig Lucht oder da war jetzt auch nicht drunter Sag mal, das gibt's ja gar nicht Rieses, riesig Lucht und Lecher Einschläge Krater Aber Gründenschen Das muss ja so eine Art Höhle sein, oder? Das ist ja so ein Wie gesagt so ein Ja Ja so ein Loch Ist das also beim Mond ist das so Das sieht ja aus wie so ein Wurmloch Im Prinzip Ein Krater Richtig runter geht Richterförmig Ja so habe ich ja jede Menge hier Aber die haben dann unten auf Die sind unten mit dem Boden Bevor es irgendwo unter Oder ist gut Was will man? Geht eh denn zwei drunter 30, 40 Blöcke, 50 Blöcke Und dann ist Ende Wisst ihr liebe Zuschauer Der beschwert er sich, ne? Ich habe anderthalb die Folgen auf dem Mond gesucht, ne? Ich beschwere mich doch nicht Ich frage zu doch, wo ich den finde Weil ich es nicht mehr war Ich weiß es nicht mehr Dash, gibt es eigentlich dann auch Carbon? Oh Oh Schick Gut, wir Wahrscheinlich müssen wir Ah, ich glaube Wir müssen gar nicht unbedingt Auf die ganzen Planeten Also um Erze zu sammeln Denn so wie ich sehe Haben wir fast alle Dimlets Also Carbon Also T4 Haben wir schon mal Alle habe ich gut Das ist so Das ist sehr gut Weil da braucht man Wie gesagt Da braucht man nicht da 30.000 Jahre lang Die Ähm Äh Erze suchen Ich krab mich hier einfach mal Straight nach unten So Ich bin immer nur bei den Karotten angewiesen Ach 12 Karat Genau War ich dann jetzt Das ist Redstone Dendron Das müsste diese da sein Genau Machen wir Redstone Block Siehst du Ja, geht doch nämlich nicht Du gibst die einfach nach unten Sagst du Naja, das ist halt gut Dass ich es auf dem Dimlets gefunden habe Oder es gesucht habe Achso Ich habe auch gerade drei Stacks da reingekloppt Drei Stacks Ja Ja Ich meine Ich glaube es kräg gut in die Eindelige Höhle Ich werde da finden Ich kann sie nicht mehr ich kann sie nicht mehr die Eindelige Höhle Ich kann sie nicht mehr auch die Eindelige Höhle Ich kann sie nicht mehr also zwölf aber auch jetzt noch mal 18 das wird lapis block sein das sehe ich schon ja war klar lapinda lapindas sieht ich hab den maß gar nicht mehr so in erinnerung lapis block ja gut dass sie die ganzen arge kraft zieht schon gemacht hatte die brauchst du für die ganze scheiße kreuze ja kommt wachse wachse für mich das geht doch so 18 karat fertig dann kommt jetzt 20 karat das wird wahrscheinlich immer sein mann danach kommt noch diamond immer will ist das war die glaube ich ne ja 20 karat fertig so noch ein diamant block bitte schön und bitte diamant dinge nähe so wenn ich die fertig habe kann sich folgen okay ja man eine greche kloge ja 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 Jo, ich kann's. So. Wie gesagt, von mir aus kannst du. Ah, okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächste Folge, wenn es weitergeht. Mir ist jetzt gar nicht so spannend, wenn man bei Neuse vielleicht umso mehr. Naja. Und ansonsten schaut bei mir aus dem Kanal vorbei. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao.